Das Ziel der Generationen Cloud ist ein generationenübergreifender Austausch von jungen und älteren Immobilienprofis, die sich im kuflichen Alltag unterstützen können. Dass «Suite Senior» zusammen mit «Suite Junior», also «Young», «Suite Young» heisst es ja, dass die einander besser kennenlernen und dass man am Tisch eben zusammensitzt und nicht die Alten hier und die Jungen dort. Wir von «Suite Young» müssen möglichst viel profitieren von der älteren Generation. Gleichzeitig sehe ich es als Aufgabe von uns Jungen, die Eltern mit einzubeziehen in unsere Welt, in die digitale Welt und ihnen das vertraut zu machen. Die Generationen Cloud ist ein Gefäss vom «Suite», das sich «Suite Young» und «Suite Senior» treffen und einen Erfahrungsaustausch machen aus dem Alltagsleben. Genau das haben wir heute Abend gesehen an der Generationen Cloud und ich glaube, das ist eine gute Sache und beide Generationen können voneinander profitieren, vor allem auch gerade im Thema Digitalisierung. Das ist schon so. Das ist schon so.